Moin Leute, wir haben ein bisschen gebraucht gestern und ich habe euch jetzt mal einen Trainingsplan erstellt für die nächsten vier Wochen. Und den bauen wir dann sukzessive auf, dass ihr euch Stück für Stück reinsteigern könnt. Und mit reinsteigern meine ich in die Pandemie. Dann steigern wir das quasi so lange rein, bis die fertig ist. Und dann können wir hier wieder Functional Fitness machen bzw. Geräte nutzen. Was auch immer. So, heute machen wir Ausfallschlitte in Kombination mit Klappmesser. Wichtig ist, Ausfallschritte nach vorn holen. Das heißt, ihr geht wirklich hier in den Schritt rein und holen wieder zurück. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr quasi immer ein, ein zusammen macht oder ob ihr es abwechselt. Oder könnt ihr es in jedem Satz wechseln. Wir beginnen mit 10 Ausfallschritten. Dann haben wir 20, 30, 40, 50. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr euch da weiter reinsteigert oder was bei den 5 Sätzen belastet. Also quasi hier 1, 2, 3, das zählt immer zusammen, das zählt immer. Oder halt und kommt noch 1 und dann machen wir hier insgesamt 5, 2, 3, 4, 5 und dann wechselt er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und guckt immer. Ihr müsst keinen extrem langen Ausfallschritt haben, natürlich immer so, dass er wieder hoch kommt. Aber versucht wirklich immer mit dem Knie unten, wenn möglich, den Boden zu berühren. Und dann wechselt ihr das Klappmesser, könnt ihr schön lang hinlegen, lang machen und ruhig mit Schwung arbeiten. Und hoch. Und hier guckt ihr mal gerne bis zum Versagen. Ich denke, es sind bei den meisten 10 Stück drin, beziehungsweise die Pros kriegen auch 20 hin. Das bedeutet, 10 Ausfallschritte bis zum Versagen klappmesser. 20 Ausfallschritte bis zum Versagen klappmesser. Und so weiter. Mindestens bis zur 50. Die Pros können weiter machen. 60, 70, 80, 90, 100. Also ein bisschen merken, ihr könnt das nicht mehr am Stück durchziehen, die ganze Geschichte. Und macht dann maximal zwischen den einzelnen Kommis nur eine Minute Pause. Okay? Wir sehen uns morgen. Viel Spaß. Schönen Feierabend.